Die Polizei hat uns aufgefordert, die Gründe zu verlassen, aber das wollen wir und machen wir auch nicht. Die Polizei hat uns aufgefordert, die Gründe zu verlassen. Wir haben es jetzt geschafft, wir sind jetzt auf der Wienseile und werden, ja, ich weiß nicht, wo wir noch weitergehen, wir lassen uns einfach intuitiv führen. Super ist es! Die Polizei muss jedes Mal einen ordentlichen Sprint hinlegen, weil sie uns nicht einschätzen kann. Super! So, wir haben jetzt hier ein Großaufgebot an Polizei. Kontrollen werden durchgeführt, das übliche Prozedere, wir kennen es schon.